Fast direkt im Anschluss an den 100-jährigen Krieg zwischen England und Frankreich kommt es in England zu inneren Auseinandersetzungen, zu inneren kriegerischen Auseinandersetzungen, besser gesagt. Und diese Kriege nennt man die Rosenkriege und in diesem Video soll es um den Verlauf der Rosenkriege gehen. An dieser Stelle will ich kurz darauf hinweisen, es gibt auch ein erstes Video zu diesen Rosenkriegen, für alle, die das erste Video nicht kennen. Dort gehe ich ein bisschen auf die Vorgeschichte ein, auch auf den, im Grunde, Stammbaum, der dann zeigt, wer jetzt eigentlich gegen wen kämpft oder kämpfen wird, wer hier gegen wen Position bezogen hat. Hier nur die kurze Zusammenfassung. Im Grunde geht es hier um den Kampf zwischen dem Familienzweig der Lancaster gegen den Familienzweig York. Wie man sehen kann, sind nämlich diese beiden Zweige entstanden aus Edward III. das heißt, Edward III. ist ein gemeinsamer Vorfahrer und deswegen handelt es sich hier bei den Rosenkriegen um eine innerfamiliäre Auseinandersetzung und nicht um eine Auseinandersetzung zwischen zwei ganz fremden Adelshäusern. So, und 1453, das ist das Jahr, in dem der 100-jährige Krieg sein Ende findet, ist Henry VI, der König von England. Allerdings führt die Niederlage im 100-jährigen Krieg dazu, dass seine Position stark geschwächt wird. Er leidet jetzt auch noch eine Geisteskrankheit und dadurch ist er zusätzlich noch geschwächt. Und dann gibt es hier Richard of York, das ist der mächtigste Vassall, der diese Situation jetzt auch ausnutzt und noch mächtiger wird. Man muss wissen, Richard of York leitet einen Herrschaftsanspruch auf den Thron in gewisser Weise ab, auch wenn er ihn gegen Henry VI nie durchsetzen kann. Allerdings war sein Vater Richard of Cambridge beziehungsweise ist seine Mutter Anne Mortimer und das ist die Schwester eines Nachfahrens von Lionel, einem weiteren Sohn von Edward III. Und nach diesem Familienzweig leitet er jetzt also seinen Herrschaftsanspruch ab. So viel zur Vorgeschichte. Wer, also in Kurzform, wer sie aber etwas ausführlicher sehen möchte, der kann ja unten in die Beschreibung schauen und sich erstmal das erste Video ansehen. So, schauen wir uns jetzt mal die Situation 1453 nochmal etwas genauer an. Ich habe es eben gesagt, England verliert den 100-jährigen Krieg gegen Frankreich und natürlich schwächt das die Position des Königs selbst, also von Henry VI, denn er ist ja verantwortlich für den Staat und somit auch verantwortlich für die Niederlage. Hinzu kommt, dass Henry VI im selben Jahr eine Geisteskrankheit erleidet und das schwächt ihn noch mehr. Ja, und deswegen ist es auch nötig, dass ein Lord Protector ernannt wird und das ist Richard of York. Das wird er im März 1454. Zugleich, und das ist auch wichtig für das Jahr 1453, wird Edward of Westminster geboren und das ist der Sohn von Henry VI. und damit hat er jetzt einen legitimen Nachfolger und Erben. So, schauen wir hier gerade nochmal drauf auf den Stammbaum, um das etwas besser nachvollziehen zu können. Also Richard of York hier rechts wird jetzt Lord Protector und führt im Grunde die Amtsgeschäfte aus. Henry VI ist also geistig erkrankt und kann seine Herrschaft eben nicht mehr in Gänze ausführen. Nun könnte man meinen, soweit ist das ja kein Problem, sie sind ja miteinander verwandt, aber das Problem liegt darin, dass diese beiden Familienzweige im Clinch sind und beziehungsweise es Gegner gibt von Richard of York. Einmal dieser Herr hier, Edmund Beaufort, der Duke of Somerset und dann, und das ist auch nicht unwichtig, die Frau von Henry VI, nämlich Königin Margaret, ist eine Gegnerin von Richard of York und Margaret und Edmund tun sich jetzt zusammen gegen Richard of York und wollen ihn wieder aus seinem Amt entheben. Und das gelingt dann zunächst einmal relativ bald, Richard of York muss das Amt des Lord Protectors aufgeben und zieht sich zunächst einmal zurück. Allerdings ist die Ruhe trügerig, Richard sammelt ein Heer zusammen und geht Richtung London. Und am 22. Mai 1455 kommt es zur ersten Schlacht bei St. Albans. Das königliche Heer, das sich dieser Schlacht stellt, wird besiegt, Edmund Beaufort, der Duke of Somerset und damit einer der erbittertsten Gegner von Richard of York fällt in dieser Schlacht und obendrein gerät auch noch Henry VI, also der König selbst, in die Gewalt von Richard of York und so kann Richard of York mehr oder weniger erzwingen, dass er wieder zum Lord Protector eingesetzt wird. Es folgt dann eine Kampfpause, eine kriegerische Pause, die allerdings keine Ruhephase an sich wäre, denn in der Zeit kann man den Machtkampf zwischen Königin Margaret und Richard of York weiterhin beobachten. Kriegerig geht es dann erst wieder im September 1459 weiter, und zwar mit der Schlacht bei Bloor Heath am 23. September, bei der gewinnt die Seite von Richard of York, allerdings erleidet sie bei der Ludford Bridge im Oktober, also Mitte Oktober, eine Niederlage und infolge dieser Niederlage flüchtet jetzt Richard of York und zwar nach Irland zusammen mit seinem zweitältesten Sohn, das ist Edmund und ein weiterer Sohn von ihm, Edward, flieht nach Frankreich. Es ist derjenige Edward, der später König Edward IV. werden sollte. Wenn ihr euch jetzt wundert, warum dieses der Vierte in Klammern geschrieben ist, dann liegt das daran, dass es zu diesem Zeitpunkt nicht ist und deswegen setze ich da eine Klammer drum, aber wenn man eben nachlesen will, welcher Edward war es denn, dann sucht man in der Regel eben nach Edward IV., deswegen schreibe ich die römische Zahl für vier auch dahin, setze sie aber in Klammern. Dieser Edward, der spätere Edward IV., ist es dann, der im Folgejahr zum Gegenschlag ausholt. Am 10. Juli 1460 kommt es zur Schlacht von Northampton. Edward IV. siegt und kann Henry VI. gefangen nehmen und jetzt sind also wieder die Trümpfe auf der Seite des Hauses York und so kann Richard of York im Oktober 1460, also der Vater von Edward IV., zurückkehren aus Irland und Richard of York strebt jetzt nach der Königskrone. Allerdings versagt ihm das Parlament eine sofortige Übernahme der Königskrone, aber es gibt den sogenannten Act of Accord am 25. Oktober 1460. Diese Übereinkunft sieht jetzt wie folgt aus. Edward of Westminster, der Sohn von Henry VI., wird enterbt und dafür soll Richard of York der neue König werden, sobald Henry VI. gestorben sein wird. Die Vereinbarung vom Oktober 1460 wurde allerdings nie umgesetzt, denn Richard of York und dessen Sohn Edmund werden relativ bald darauf ermordet, denn beide hatten vor, die Armee der Lancasters zu zerstören und sie damit endgültig zu entmachten. Allerdings geht dieses Vorhaben schief und sie müssen es mit dem Leben bezahlen. Und so wird Edward IV. das neue Familienoberhaupt des Zweiges York. Und dieser Edward IV. führt dann im Folgejahr mehrere Schlachten. Zunächst einmal die Schlacht von Mortimus Cross, die erfolgreich verläuft, denn es können die Nachschubtruppen von Königin Margaret besiegt werden. Allerdings muss er am 17. Februar 1461 eine empfindliche Niederlage hinnehmen, denn König Henry VI., der ja noch in Gefangenschaft von Edward war, wird bei der zweiten Schlacht von St. Albans befreit. Immerhin verweigert London der königlichen Familie den Zutritt und somit hat nun auch Henry VI. eine schwächere Position, denn der König, der nicht in seiner eigentlichen Hauptstadt sein darf, das ist natürlich nun eine Schwächung von Henry VI. Und relativ bald darauf kommt es zu einer neuen Schlacht, die Schlacht von Tauten. Und diese Schlacht von Tauten ist die blutigste Schlacht der Rosenkriege selbst. Ungefähr 75.000 Soldaten stehen gegenüber. Die Zahlen variieren ein bisschen, es könnten auch 80.000 gewesen sein oder auch nur 70.000. Aber so bei plus minus 75.000 Soldaten ist man sicherlich ganz gut dabei. Und von diesen 75.000 Soldaten sterben circa 28.000. Also das sind herbe Verluste, die da beide Seiten hinnehmen müssen. Die Schlacht selbst wird von Edward IV. gewonnen, über das Heer von der Königin Margaret und von Henry Beaufort, der neue Duke of Somerset. und dieser Sieg war zunächst einmal entscheidend für Edward IV., denn dadurch konnte er jetzt den Königstitel an sich reißen und wurde am 28.10.1461 gekrönt. Henry VI. muss flüchten oder flüchtet eben nach Schottland. Die Königin selbst flüchtet dann nach Frankreich. Am 15.05.1464 erfolgt dann ein weiterer Erfolg für Edward IV. Wir können sehen, ein bisschen Zeit ist jetzt vergangen. Und zwar in der Schlacht von Hexham wird Henry Beaufort getötet und das war ja, wie wir eben gesehen haben, auch ein Widersacher von Edward IV. Zwischenzeitlich hat er sich zwar ausgesöhnt mit Edward IV., aber diese Aussöhnung hielt nicht lange und durch diese Schlacht von Hexham wurde ein weiterer Widersacher besiegt und in dem Fall sogar getötet und damit ausgeschaltet. Danach könnte man eigentlich meinen, könnten die Rosenkriege an ein Ende gelangt sein, denn immerhin Edward IV. hat seine Macht erlangt, er stabilisiert seine Macht auch in gewisser Weise und zunächst einmal deutet eigentlich nichts darauf hin, dass diese Rosenkriege jetzt noch weitergeführt werden würden. Allerdings passiert jetzt im Jahr 1469 das Folgende, es kommt zum Bruch mit Richard Neville und Richard Neville ist der Cousin von König Edward IV. Und dieser Bruch mit Richard Neville sollte den Konflikt wieder neu entfachen. Was sind jetzt eigentlich die Gründe dafür, dass dieser Konflikt entbrennt? Ein wohl wichtiger Grund, war, dass Edward IV. ein Bündnis mit Burgund angestrebt hat, wohingegen Neville ein Bündnis mit Frankreich angestrebt hat. Und ja, nun, Frankreich und Burgund sind nun mal sich noch nicht grün gewesen in dieser Zeit. Und nun ist es auch so, dass die Hochzeit von Edward IV. nicht nach dem Sinne von Richard Neville war und so kommt es letztendlich zu diesem Bruch zwischen Richard und Edward. Und so beginnt eine Rebellion, gegen den König, gegen König Edward IV. Diese Rebellion wird angeführt von Richard Neville und seinem Bruder George Neville. Der König wird gefangen genommen, allerdings wird er dann auch relativ bald befreit von seinem Bruder Richard, der spätere Richard III. und Neville flieht darauf hin und will nach Frankreich fliehen und verbindet sich dabei mit Königin Margaret, beziehungsweise zu diesem Zeitpunkt, da Edward IV. der König ist, ist sie nicht die Königin. Also sie verbindet sich mit Margaret, der Frau des ehemaligen Königs Henry VI. So ist es ganz korrekt. So und dieses Bündnis führt nun dazu, dass Richard Neville im Folgejahr mit einem schlagkräftigen Heer nach England zurückkehrt. Richard Neville schafft es, König Edward IV. Kampf loszuvertreiben. Edward IV. flieht in die Niederlanden und von dort plant er seinen Gegenschlag. Zunächst wird Henry VI wieder König über England, allerdings verbleibt die Königin Margaret in Frankreich, weil sie erst wiederkommen wolle, wenn die Herrschaft auch wirklich gesichert sein werde. Im März 1471 kommt es dann zum Gegenschlag von Edward IV. Am 14.04. 1471 findet die Schlacht von Barnett statt und in dieser Schlacht fällt Richard Neville und das war dann wiederum ein großer Erfolg für Edward IV., weil damit ein starker Widersacher gestorben ist. Und kurz danach kehrt Margaret aus Frankreich zurück, denn sie will mit Hilfe von Truppen aus Wales gegen Edward IV. kämpfen. Allerdings erreicht sie Wales nicht. Sie wird gestellt und es kommt zur Schlacht von Tewkesbury, in der Königin Margaret besiegt wird, aber was gerade für das Haus Lancaster noch schlimmer wiegt, ist der Tod von Edward of Westminster, dem einzig legitimen Sohn von Henry VI. Und am 21. Mai 1471 stirbt dann Henry VI. Er wurde möglicherweise ermordet, so ganz genau ist das nicht klar, aber was klar ist, mit seinem Tod endet der Familienzweig Lancaster und Edward IV. wird somit neuer König. Allerdings ist Edward IV. nicht ohne Konkurrenzkönig. Und das sieht man hier jetzt auf diesem Schaubild, also auf dem Stammbaum. Also Edward IV. ist zunächst einmal König und die direkte Linie über die, ja, Henrys ist damit erloschen, 1471, aber es gibt noch diesen Henry VII, der spätere Henry VII. Zu dieser Zeit hieß er noch Henry Tudor. Und dieser Henry Tudor erhebt schon zu dieser Zeit, oder wird zumindest zu dieser Zeit schon mit Ansprüchen versehen, dass er König sein könne. Er ist, wie man das hier sehen kann, mütterlicherseits mit dem Haus Lancaster verbunden und väterlicherseits dann also mit dem Haus Tudor. Und dieser Henry sollte dann ja auch später tatsächlich König werden. Und jetzt schauen wir uns an, wie er das geworden ist. Edward IV. war, wie gesagt, nach dem eigentlichen Ende des Hauses Lancasters, zumindest der direkten Linie, König. Und da war er auch zunächst einmal gesichert König. Am 9. April 1483 verstirbt dann Edward IV. Und dessen Nachfolger soll Edward V. werden. Schauen wir uns das gerade mal an. Edward V. ist nämlich der Sohn von Edward IV. Er soll eigentlich der Nachfolger von Edward IV. werden. Allerdings gelingt es dem Onkel von Edward V. das ist Richard, also der Bruder von Edward IV. die Gewalt über die Erziehung von Edward V. zu bekommen. Denn Edward V. ist zu diesem Zeitpunkt erst zwölf Jahre alt und damit nicht volljährig und nicht mündig. Und deswegen braucht er noch einen Erzieher, einen, der sozusagen ihn anleitet für das spätere Leben. Und Onkel Richard III., der spätere Dritte, schaffte es. Allerdings hat dieser Onkel Richard jetzt eigene Ambitionen und will Edward gar nicht zum König krönen. Er lässt ihn nämlich zusammen mit seinem Bruder Richard gefangen nehmen und in den Tower stecken. Von dort kehren sie nie wieder zurück. Also möglicherweise wurden sie 1483 auch getötet, also ermordet. Und Richard III. wird am 6. Juli 1483 neuer König. Allerdings, dadurch, dass Edward V. und auch dadurch, dass sein Bruder Richard nie wieder aufgetaucht sind, fallen jetzt einige der Großen in England von Richard III. ab. Denn dieses Vorgehen belegten sie nicht und sie schließen sich eben denjenigen an, der auch noch Drohnenansprüche erhebt und das ist Henry Tudor. Und so bekommt jetzt Henry Tudor immer größeren Zulauf und wird immer stärker. Im Herbst 1483 scheitert eine erste Revolte von ihm gegen Richard III. Aber 1485 kommt es dann zum Sieg über Richard III. In der Schlacht von Bosworth wird Richard III. getötet und damit ist Henry Tudor der neue König über England und damit ist das Ende der Rosenkriege erreicht. Auch wenn es danach noch einzelne Auseinandersetzungen gegeben hat, im Wesentlichen sind hier jetzt die Rosenkriege an ein Ende gelangt. Und jetzt schauen wir mal, wie sieht das Ergebnis 1485 aus. Das Haus Lancaster ist im Grunde ausgelöscht worden, das Haus York ist mit dem Tod von Richard III. auch ausgelöscht worden und Henry VII, also Henry Tudor heiratet dann Elizabeth, also eine Tochter von Edward IV. aus dem Hause York und letztendlich sind somit die beiden Familienzweige Lancaster und York mit dieser Hochzeit und mit Henry VII wieder zusammengeführt. Und das ist dann das Ergebnis dieser Rosenkriege.